Ja Leute, herzlich willkommen zur 12. Folge Titanfall. Wir hören, wir fangen wieder da an, wo wir aufgehört haben. Und zwar im Gemetzel. Und ja, das habe ich euch ja letzte Folge vorenthalten. Aber jetzt seht ihr das komplette Gemetzel. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja. Jawohl. Jawohl. Ah, knapp. da hat uns noch mal richtig drauf gehauen ich brauche diese ersatzbatterie ich brauche diese ersatzbatterie und die auch knapp hier unterstützung bitte legion der sieht heftig aus der sieht richtig breit aus und er hat eine minigun knappes ding knappes knappes ding so let's go in hier benutze ich mal wieder den scorchgranatwerfer da will die uns wirklich testen so let's go wir müssen das schiff erreichen bevor schlag heiz ausscheiden hey ich bin vor ihr aber ok feuer schaden festgestellt Ja, chill mal eine Runde. Ich kämpfe wie ein Kind, jetzt geht's aber los. Die kämpfen wie Kinder. Ei. Wer schießt, wo schießt? Unser Reaktor ist instabil. Ersatzbatterie erforderlich. Ich renne jetzt einfach davor und hole mir diese Batterien. Ja, okay. Okay. Ich dachte, die wollen vielleicht erstmal diesen Titan-Kilm, aber anscheinend nicht. Los geht's. Bereit nach dem Pilot. Es geht nach oben. Ei. Das war der einfache Teil. Ja, so sieht's wohl aus. Vielleicht eine gute Arbeit, Cooper. Wenn's nach mir geht, haben Sie Ihre Pilotenlizen. Ja, das ist doch gut. Das freut mich doch zu hören. Dann legen wir das Ding und ab nach Hause. Ja. Oh, was hängt denn da? Eine North Star. Scharfschütze. Raygun. Egal. Das ist so toll. Johuu. Die ist heftig. Wenn man halt trifft, ne? Die haut ordentlich rein Flugsystem bereit Tod Na gut, für kleine Menschen ist es nix Nice Ja, mir gefällt die Waffe Ja, mir gefällt die Waffe Oh, das schmeckt überhaupt nicht gut Kurz zurückziehen Komm, Schild, geh weg Zack Das war's erstmal für die So, jetzt wechsle ich mal zur Ronin Shotgun Mit Schwert, nice Ohjejeje Was hinter mir ist hier offen, hat jemand Wartet nun Feindheiten zerstört Ja Oh So, perfekt Wir nähern uns den Draconen, weiter Gehen wir mit den Draconen, weiter Gehen wir mit den Freaks Gehen wir mit den Draconen Perfekt Perfekt Gut, der ist weg So Schnell mal Energie sammeln Und da war er weg So Gut, ich denke mal, ich wächst wieder zu Eien Gehen wir mit den Draconen Das ist nützlicher jetzt, glaube ich Das ist nützlicher jetzt, glaube ich So Perfekt Wenn man die einen als Dings benutzt, ist sie ganz nice Als Shotgun Uiuiui Wäre freundlich, wenn mir mal jemand unterstützt, anstatt mir Kommandos zu geben Gehen wir Bein, halten, zerstören Unschaden festgestellt Ah So Der ist zu old Ja, aber Kumpsschaden festgestellt so nice wo müssen wir eigentlich hin Frau Kommando wo müssen wir denn hin auch irgendwo ist wohl noch eine oder wie nö ach egal ich glaube einfach mal gerade aus hier blitzkirr ist slohn laden ist unterwegs ab jetzt über den weiter wir sehen uns in kürze da sind sie weg da sind sie weg wir folgen ihm Kubas logbuch ok so so jetzt müssen wir erst mal warten gut leute das war es jetzt mit der folge 12 wenn es euch gefallen hat lasst ein like und ein abo da würde mich sehr freuen schreibt in die kommentare wie es euch gefallen hat und ansonsten hoffentlich sehen wir uns im nächsten video die folge wird spannend also bleibt dran und bis zum nächsten mal ciao